Hopp, hopp, hopp! Chilli? Gopi Katsch! Das ist mein Boy! Ein NPC, Lukas! Du hattest einen Job! Ja, ja. Ja. Scheiße, da wollte ich nicht spawnen. Wie heißt die Tante? Old Cracker. Das ist... ...hard. Was finden die? Irgendeiner Krappelt gerade? Ja. Steve? Hm? Du könntest mir ja hier unten den Durchgang aufmachen. Ich bin schon auf dem Weg. Ai, 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 ai. Was? Johnny ist tot. Ja, der hat bei mir einen ATML gehacken gesehen. Und hat dann einen längst besten erschossen. Bye! Unten in der Lobby. Eben. Klotzio, bist du? Du bist ich. Ich versuch gerade in den mittleren Vault zu kommen. Mach trotzdem unten einmal Dings unten einmal auf. Bye in der Lobby. Vorne? Genau. Ja. Mein Lobby. Auf und der ist schon unten rein. Da kommt der Offerster. Oh, der Schatter trifft. Ist offen. Offerster ist aber gut. Ja, passt. Ich bin im Vault. Im oberen. Ja, hast du aufgesprengt oder bist du reingegangen? Reingegangen. Okay. Steve will vielleicht unten am Vault ein bisschen Stress machen, ein bisschen auf die Tür schießen oder so. Eher vom Vorteil. Steve? Hm? Ja, okay, er hat an mich. Was ist? Was willst du? Ob du nicht unten Stress machen willst, Jamwalt, wenn Glotzi die mittleren macht? Aha. Ich könnte Glotzi da da aufspringen, dass er ausseht. Ja, warte aber noch kurz. Ja, ich muss erst schauen, ob ich noch Munition für den Raketenerf habe. Ansonsten kannst du den Heli rufen, dann kannst du aufmunitionieren. Ja, ich habe noch genug. Und noch drei. Scheiße. Mach auf, mach auf, mach auf. Auf? Weiß aus, was geht. Du hast einen Stress gehabt. Ah, okay. Du hast Maske auf. Ja. Achtung, du bist zufrieden. Ich glaube, die Maske ist echt sein geringstes Problem. Oh, ha. Er sagt, du bist neuerst, eigentlich. Hallo. Hallo. Aber was macht er ein NPC drin? Ja. In diesem Fall, er schießt natürlich. Er rennt nicht nach dir. Ich bin im Berend. Aber warum hast du so einen Stress gehabt? Weil der Pümpel gegangen ist und ich habe gedacht, der Officer, der schon vor der Tür gelauert hat, kommt gleich rein. Ja, aber der Türalarm ist doch die Waffenkammer. Er braucht nur 20.000 und da ist, glaube ich, genug ATMs. Ich habe 22. Die Hilfe, ich komme raus. Hinten noch. Ich weiß einfach Wasser, ich schmeiß raus. Okay, dann gehe ich dann. Ja, wo ist denn? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das du gibt oder ich. Das war auch mutig. Nein, ich weiß, dass ich da runterhüpfen kann. Okay, passt. Gut zu wissen. Ehe, ne mach mal, Jendl. Wollte ich auch das sagen. Warte zu lang. Ich schau mal, dass ich da hoch aufs Haus komme, dass ich das Dach von oben auf machen kann. Ich schau, dass ich in den Minivolt reingehe. Ich traue mit David im Kreis. Okay. Minivolt. Ja, okay. Dann, da wollte ich eigentlich hinabkommen. Einer ist da. Einer ist am Dach. Zwei sind am Dach. Ja, super toll. Du hörst das vom Dachspringer so. Doktor, du da fähig. Ja, er ist am Dach. Nein, ich schreie. What the fuck? Da kann man nicht aufhören. Nein, da kann man nicht da hoch. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich... Gute Frage. Gibt es da ein Grabbit? Ah, Dings. Deshalb wussten es. Das ist Cyberpolice. Cyberpolice und Arzt haben es gehabt. Also Dr. Böben. Okay. Ich glaube... Ja, ich glaube irgendwo gibt es einen Grapplinghook. Wo? Es ist Traffic Smell. Da gibt es immer einen Grapplinghook. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber irgendwo gibt es einen. Wahrscheinlich im Secret Tunnel. Da ist nichts. Sind die immer noch am Dach? Nein, Dach ist ja bald frei. Okay. Das war Klapper. Das war Klapper. Der ist einfach gut bekommen. Die campen jetzt safe den Volt ab, oder? einer dahinten also vorsicht der lukas kümmert sich ums geschäftliche da ist kein grappling hook oder irgendwo liegt danach glaube ich vielleicht unten im keller jetzt ist er noch immer dahinten er wird nicht so schnell weggehen ja das problem ist ich komme halt jetzt auch beim mini dinge sieht raus doch lukas gelinks schlechte idee und da bleibt stehen ich glaube aber auch halb lol easy Wo bist denn du gerade da hinten? Die Cyberpolice ist bei mir. Ja, das ist der einzige. Der Rest ist tot. Ja, dann sammle dich über ihn auf. Wenn die Cyberpolice hinten ist... Ist bei mir. Wo immer. Ist der ein Gewinner? Nein. Ich hab heute eine Highmask, also wenn er mich trifft, heil ich mich wieder. Ja. Ja, dein Polizeiauto, wenn du ihn triffst, geht er zurück. Ich geh bei der Fahrbahn, wenn er zu mir kommt. Ist bei mir. Aber kann man da nicht das Geld durchlitschen? Was fällts dann? Na, da durch den Eingang. Das müsste doch theoretisch machbar sein, aber ja, ist ein blöder Winkel jetzt. Das ist ja massig, solche Reiter, oder? Soll ich mir aus der Schlüssel käme, oder? Ha! Scheint drauf! Momentan hat er noch gleich die Position. Geh zum vorderen Bein. Ist noch immer da. Aus Disrespect muss ich in den Kreis rein. Ja. Einmal die Luftboxen. Ich triff ihm nicht. Der ist so weit weg. Ja. Er könnte mich nicht da versuchen. Ja, aber ist ein Zeug gelaufen. Meiner ist wieder da. Hat sich ein Molution geholt. Geh rechts. Rechts, Lukas. Rechts. Ja. Eine Etage runter eigentlich. Was ist denn die Scheiße? Alter! Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Da, 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 da. Ja. Eine weg von der Tür. Bro. Ja, jetzt so, dass ich's eh. Muss einfach nur schnell sein. Wenn er immer gegen kommt, schieß er weg. Außer, oder auch nicht. Außer schießt du das Fenster und eine Kugel durchflücken. Das wäre er. Na. Napst Sed. Hund, Dies. Eech. TDD 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 DDD Eeeasy Wir machen Pirate, gell Kamera mit Charlie weg Ja Ja Ach je Das war aber irgendwo Developer So ist es ok Was macht der Developer so? Die E-D-M's Protecten Die E-D-M's Protecten Denst du da warst Ja Norton Hello Norton Der Viren Schutz Der Viren Schutz Hatte Nee Ich mein, solange ich hier bin Wird zumindest nicht aufgehackt Aber du hast halt zwei Leute auf der Nase Mhm Ich bin mir so sicher, dass der ist Jetzt weg Wann Wann, wie, warum Jetzt gerade eben Mit deiner SMG Ins Gesicht War das oben? Was? Oh, Leute Hinter mir Das Doktor Doktor Versuch aufs Dach zu kommen, falls der direkt die Leiche holt Nein Nein Leck sein dir weg Du wirst eine halbe Stufe beweift haben Achso Steh, wir haben jetzt noch Doktor Ich hab's vergessen Ich hab's vergessen Hm Wieso kann man mit der Scheißdrohne keine Leichen transportieren? Eine Klipp Wenn das so eine fliegende Leiche ist, oder? Nee Wär aber irgendwie cool Nice Jetzt aber der Doktor ist noch da Was ist hier? Nee Fuck you Ja, umziehen solltest du dich schon, Steve? Ja Zitter Äh, scheinbar sind leider zu Ich muss sie schmieren Lukas, du hättest was sagen können Ich hab auch aufgepasst, oder? Yes Das sind wir Du kannst Star übers Grünsack drüberhüpfen Beziehungsweise Star über die Box Ich hab quasi auch Probleme Was ist das, oder? Weiß ich noch das Problem Jetzt geht's Du probier Aber das ist nicht, das ist auch noch Ja, der ist auch ein Stockwerk unter dir Ja Ich hab keine Ahnung was Lukas ist Ja Ich hab keine Ahnung was Lukas ist Ich hab einen Umzähl in deiner Stimme Einen Nö, Juwelen waren das nicht Ist das Trännglas vor den Juwelen vorher schon kaputt? Ja Äh, die Leiche ist weg Welche? Achso, die hat er mit hochgenommen, die Doktor Die mit der Krawatte, oder? Ja, 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 okay Ja, ja, den hab ich Ich dachte kurz, dass er auch Ah, noch ein Doktor Komm wieder runter Jetzt hoch Geht Geht Ist so viel Hm Jo, na, vielleicht Angst? Sieh ich nix Wer, das ist keiner für ihn würde Gehen, Klapp für Juni holen Danke Das war der Richtige Loi Ist echt noch ein Doktor Der ist wirklich Doktor Na ja, gut Sei Doktor Ich hab einen Saß Oder was Ja, er ist es Bei mir Schön Okay, danke Aber es wird wirklich auch gedrückt Es ist eigentlich nicht so gut Überraschende den Fucking Äh COD Was? Wir sind nicht bei Call of Duty Wir sind nicht im Ziel Fuck Scheide Unglaublich schaut ähnlich aus Es ist wohl das gleiche Der Dark Ritual Skin ist doch das gleiche, oder? Eigentlich schon Aber Schwarz mit Leichen Wow Nice Sogar nicht Komm ich mach Geek Oma Geek Heavy Tech So ich guck ob wir Was haben wir Äh, Sergeant und Spy Ja moin Äh, Spy rennt hinten rein Sergeant auch Ja Johnny ist Dings Äh, ist wieder Na Madman Oder Demo Ich stell mich mal hier und nennen Hier Mhm Guck wie man reinkommt Krass bei Sergeant auf dem Dach Guckt jetzt da Alter sieht der mich? Da an der Ecke Geht jetzt wieder Richtung Mittere Bank Hüpft Richtung Eingang Am Dach Am Dach sieht man nicht in der Lobby, oder? Wo in den Zungen Juwelen Äh Nur Juwelen Jetzt ist er über Juwelen Jetzt geht er da hin Jetzt geht er ans Eck vorne wo die ATM sind Ja Jetzt sehe ich ihn nicht mehr Und oben zogen hat er sich auch Ja Am Außen in den Wolken gesprengt Ja So wie immer Gut Und Plan B Ich bin hier vorne Okay Warum auf dem Dach Er hat er gespawnt Er ist auf dem Dach Wie sind der jetzt? Nein der hat's drinnen getroppt Der Heli ist dann am Dach Oh Achtro Ja Die Drohnen haben sie denn ohne Die Drohne kam von da hinten irgendwo Okay Die haben den Tag Das auch noch Er legt Geld hier da Es wird dadurch ein bisschen schwieriger zu hacken Aber ich versuche es mal Wenn ich dann irgendwann mal da bin Sergeant bei mir Du kannst ja auch mit X ab und zu pingen wo die sind Oh ja stimmt das kann ich ja Ich bin der Geek Null Ja es war jetzt ein bisschen überflüssig weil Du ja gesagt hast Voll ist aber Jawoll Gut Mein Fehler Äh ich hörst du das gemeint da mit den Grünen So Das Geld liegt noch Guck mich mal an hier Guck mal ob jemand den Drohne statt ist Hinter dir hinter dir hinter dir Ja ja ich dachte der sieht mich nicht aber er hat mich Ah ok da hat mich einer von denen hat mich gesehen Er ist auf jeden Fall im Vault drinnen Er kommt wieder Er ist noch im Vault wahrscheinlich Ja er ist noch im Vault Rechts Jetzt rechts Hier rechts ist doch keiner drinnen ja Dann ist auch schon raus Ich fang mal an zu hacken ne Ganz uneuffällig Manhole ist noch Zwei cams Ich hab doch damals Geld getrapt Ja und die guckt keiner Ich glaube schon groß ist weg Die blinken nicht Also ich glaube er guckt dem Spy zu Okay Sein das ist wieder Wenn dann sieht Wenn dann guckt dann Sieht er dich hier Drinnen wird gehackt Ja Da Da wird grad gehackt mit der Elemaske Wartner bis zum dritten hackst Ich würd gern den von der Seite nehmen Ja mach ruhig Da muss man aufpassen Dass er dich nicht in den Camps sieht Weil es dort noch welche gibt Also im Vault gibt es ja keine Camps Ne beim hacken meine ich Achso ne ich hack jetzt erstmal nicht mehr Weil ich erstmal weiter reingeh Dann pack die Waffe einmal weg Geh nach hinten raus Nightbank Da vorne Ich hab ihn gesehen Der ist einer Der ist einer Der ist einer grad gerannt Oh ihn ist auch hier Er kommt jetzt Er kommt jetzt Er kommt Er kommt Er kommt Ja Ja Oh Gott Ja bitte helft mir kämpfen Er hat eh die im Saas Er hat eh die im Saas Eh die gehen wir um die Ecke Im Saas rum Ne er kommt Ich weiss nicht ob du das gesehen hast Aus dem Haus Wie genau hat gesehen gerade Irgendwas grünes Hab ich vorher auch laufen sehen Aber ich bin mir jetzt nicht sicher Ja er hüpft hier draußen voll rum Ja der grüne Der grüne hier ne Entweder der grüne oder der rote da auf der linken Seite Er verfolgt mich glaube ich Ich bin mir nicht sicher Ich trau mich nicht umdrehen Ich will nix hier Töten wir fahren am Ende Jetzt hat er das was auf mich Weil ich mich nach hinten geführt habe Der grüne Ja der ist da Der grüne da Der grüne da Geh vorne hin Vorne Haupteingang Der hat die Alienmaske auf Wait du kannst auch Äh droppen Und ich komme nach vorne Aber okay Hab schon abgegeben Okay Ich höre Türen bei mir Ah er ist bei mir 16 brauchen Der vordere Der der grad bei der Tür rausgegangen ist Der hier? Nein der ist rausgegangen rechts rum Raus rechts Kommt ums Eck Kommt ums Eck Richtung Volt Der da Der da Tschüss Ja die haben das Ja die haben das Geld rausgebracht Der droht da Ich hab die gerade rechts gehört Okay Aber das ist auch genau 16 Ah Ja ich war Krieg Ich weiß nicht ob das gesehen hat Aus dem Haus Wie genau hat gesehen gerade Ir irgendwas grünes Hab ich vorher auch laufen sehen Aber ich bin mir jetzt nicht sicher Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020